Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Update Video und zwar schauen wir uns heute HNT an. War ein großer Wunsch der Community, ich weiß nicht wie viele da draußen noch eure Helium Miner, sag ich mal, verwenden. War ja letztes Jahr ein großer Hype, jeder hat sich so ein Ding gekauft, die Miner haben teilweise 1000 Euro oder mehr gekostet. Mittlerweile werden sie auf Ebay, glaube ich, für 250 bis 300 Euro verramscht. Deswegen schauen wir uns das heute mal an, haben wir hier möglicherweise schon mal den Boden gesehen. Darauf blicken wir und wie ist ein bisschen so die Langfristprognose und mich würde interessieren, habt ihr selber noch einen Miner? Lohnt sich das momentan von den Ertragskosten? Ich meine, wir sind hier bei einem Kurs von 3 Dollar. Lohnt sich das wirklich noch, das Ding laufen zu lassen? Schreibt es gerne unten mal in die Kommentare rein und ja, dann würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen, wenn ihr Bock auf noch mehr Content habt und irgendwelche Fragen habt. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Gut und damit würde ich sagen, fangen wir an. Wie gesagt, momentan traden wir bei ungefähr knapp 3 US-Dollar. Wir waren in der Spitze bei 1,46 Dollar. Ich bin ehrlich, ich habe das ewig lang nicht mehr verfolgt. Ich habe mir jetzt aufgrund der Vielzahl an München hier reinkam, jetzt einfach mal so den Kurs ein bisschen angeguckt. Ich war dann auch ein bisschen schockiert, weil mein letzter Stand war hier oben, glaube ich, so bei 10 Dollar. Aber mittlerweile echt 3 Dollar ist ordentlich nach unten hingesackt. Wir haben dann hier einen schönen doppelten Boden reinbekommen, was mir sehr, sehr gut gefällt. Wir sind jetzt hier gerade auf dem Daily-Timeframe und im Lock-Chart, weil das wird gleich noch ein bisschen interessanter. Aber haben wir einen schönen doppelten Boden gekriegt mit einem Lower Low. Und wichtig, und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, wir haben den Boden mit sehr, sehr wenig Volumen gebildet. Es sieht hier sehr, sehr gut aus. Wir haben dann das Volumen erst in dieser Candle hier reinbekommen und dann einen schönen Abtrend bekommen. Aber hier ist dann auch schon wieder das Volumen rausgegangen. Und warum ist das Volumen rausgegangen? Wir haben einerseits mal hier dieses kleine FIP-Level von unserem, ich sage jetzt mal, zwischenhoch bis zu unserem Low gezogen. Und wir sind direkt momentan in diesem Golden Pocket drinnen. Wir sind bis in die Spitze 3,50 Dollar reingekommen. Man sieht aber auch hier auf dem Daily-Timeframe sehr, sehr wenig Volumen. Dann blicken wir mal ganz kurz in den 4-Stunden-Timeframe, wie es da aussieht. Hier sehen wir auch, also ihr seht da unten, das Volumen ist katastrophal. Also Volumen ist komplett rausgegangen. Der Trend hier unten, der so schön gestartet hat mit dem vielen Volumen, einfach wieder, sage ich mal, verfangen und dann nur noch so leicht nach oben hingegangen. Mittlerweile so ein kleines Head & Shoulders-Chart-Pattern nach würde ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht gehen. Sollte jetzt hier wirklich schon wieder die Luft raus sein und auch, ich sage jetzt mal, Bitcoin und sowas korrigieren, könnte HNT auf jeden Fall nochmal eine Korrektur drohen. Und zwar locker bis da unten, wo die ganze Liquidität eben liegt. Also bis auf ungefähr 1,70 wieder. Das wäre ein 42% Dump-Potenzial, was hier momentan da ist. Wir ziehen aber auch hier mal ganz kurz das FIP-Level dazu. Wie sieht es danach aus? Und dann seht ihr auch schon, okay, erster Zwischenstopp wäre hier dieses Zwischenhoch, beziehungsweise hier diese kleine Konsolidierungszone bei 2,37 bis ungefähr 2,17 Dollar. Einerseits mit so einer kleinen Supportzone, andererseits durch das Golden Pocket. Trotzdem, man muss dazu sagen, die meiste Liquidität liegt halt hier unten. Also abschreiben würde ich das noch nicht. Trotzdem, und jetzt lohnt sich wieder der Blick auf die größeren Timeframes hier mal. Blicken wir mal ganz kurz groß. Und da sehen wir, okay, wir haben einerseits einmal diese Downtrend-Linie, die noch lange nicht durchbrochen ist. Also wenn wir von All-Time-High ausgehen, ist diese Downtrend-Linie noch lange nicht gebrochen. Gehen wir erst von diesem Zwischentief hier, sage ich mal, aus und ziehen sie runter, haben wir zumindest kurzfristig schon mal den Downtrend durchbrochen. Jetzt zoomen wir mal an diese Linie genau hier ein bisschen näher ran. Da sehen wir auch, okay, das Golden Pocket liegt genau hier am Retest. Das heißt, wir hätten den ersten kleinen Step aus dem Downtrend, wenn wir hier einen Retest bekommen, das Golden Pocket, erst einmal gemacht. Und die, ich sage jetzt mal, die Konstellation hier tut es schon sehr, sehr gut. Also wenn wir jetzt hier nochmal die Linie ziehen, Support, dann Widerstand und dann dieses Breakout hier zum Retest, würde schon sehr, sehr gut ziehen. Aber dann muss auch mehr Volumen reinkommen. Und das ist das, was momentan bei HNT hier einfach deutlich fehlt, das Volumen. Und solange hier kein richtiges Volumen rauskommt, zumindest nach diesem Retest hier unten, wäre es wünschen, dass wir hier deutlich mehr Volumen reinkommen, muss man hier ganz ehrlich sein, dass wir immer noch von den 1,70 auf jeden Fall ausgehen können. Wir blicken jetzt mal nochmal auf den ganz normalen Auto-Chart. Da seht ihr schon, warum ich nicht so wirklich Fan davon bin. Also Linien hier zu ziehen, können wir machen von unserem High bis zu unserem Low. Aber dann seht ihr schon, okay, wir werden schon lange ausgebrochen, deswegen macht der normale Auto-Chart keinen Sinn. Wir bleiben hier einfach auf dem Lock-Chart, da sieht das alles nochmal ein bisschen geschmeidiger aus. Aber wie gesagt, wichtig wäre jetzt meines Erachtens nach, wir müssen hier auf jeden Fall in Richtung 2,27 Dollar den Retest in das Golden Pocket machen. Danach könnten wir hier diese nächste Downtrend-Linie antesten, beziehungsweise hier in diesem Bereich, wo wir unser High hatten bei 4,60 Dollar. Wenn wir die 4,60 Dollar brechen, dann haben wir den meines Erachtens nach deutlich, deutlich wichtigeren Schritt gemacht. Und zwar, wir haben dieses Hoch hier oben rausgenommen. Ich mache das FIP-Level mal ganz kurz weg. Wir haben dieses Hoch hier rausgenommen. Das markiere ich jetzt mal in blau hier. Und dann hätten wir auch ein Higher High. Heißt für uns, wie ist der Fahrplan jetzt erstmal die nächsten Wochen? Wir gehen hier runter, Wunschszenario, dann hier hoch. Kriegen hier vielleicht nochmal so einen kleinen, sag ich mal, Abweiser hier in dieser Sekunde um 5,40 Dollar. Retest von unserem ehemaligen High. Retest, Konsolidierung und dann ein schönes Breakout. Und dann zumindest in dem Bereich der 7,50 Dollar. Das ist jetzt momentan der Fahrplan bei Helium, der meines Erachtens nach nicht schlecht aussieht. Aber wie gesagt, ob der Boden jetzt schon drin ist, wird sich zeigen, wenn wir einerseits hier das Golden Pocket retracen und ob dann der Support hier hält. Ansonsten würde ich sagen, Worst Case 1,70, Best Case 2,20 Dollar rum. Dann mit Retest, dann ein Higher High, Konsolidierung und dann das Breakout aus dem allgemeinen Downtrend, sag ich jetzt einfach mal, von unserem All-Time High aus. Ob wir wirklich nochmal unser All-Time High generell erreichen, ist momentan schwer zu sagen. Also danach würde ich jetzt momentan nicht gehen, aber schreibt gerne mal eure Meinung rein. Lohnt sich es noch längerfristig? Wie sind die Projektaussichten? Tut sich da noch viel? Lohnt sich das Ding vielleicht wirklich, jetzt im Wernmarkt so einen Miner anzuschaffen für 300 Euro und dann erstmal in Vorkasse zu gehen? Muss sich natürlich lohnen. Aber gut, gerne mal eure Meinung da unten reinschreiben. Und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Wir hören uns zum nächsten Altcoin-Video wieder. Gerne natürlich auch eure Altcoin-Münsche in die Kommentare reinschreiben. Das war es von mir. Wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stag.